David und Wilson waschen Schwarzgeld für die Trianen. Doch dann lässt Wilson den Geldlieferanten überfallen und will mit der Kohle durchbrennen. Als die Betrogenen das Geld nicht in ihre Hände bekommen, heften sie sich an die unschuldige Augenzeugin Mary und ihren Freund Alan, die bei dem Überfall zufälligerweise unbeabsichtigt zugegen war. Wer glaubst du ist es? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Freundin. Glaube ich nicht. Sie ist ein Spielzeug. Ich erzähle dir gar nichts. Eine atemlose Hetzjagd beginnt. Hong Kong Action aus der Tiger Cage Serie aus dem Jahre 1990. Von Regisseur Yuan Wu Ping mit Carol Cheng, David Wu und Donnie Chen in den Hauptraum. Hey, dreh dich doch nochmal um, ne? Oh! Oh! Full Content Tiger Cage 2 Hetzjagd... Hexjagd... 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 Hetzjagd...